your freunde willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute wieder die toybox mit counter agents und shifty ist dabei hallo wo die musik ist mega krass laut und ein sollte man das spiel mit controller spielen können und ja jetzt ist es auf jeden fall ein bisschen leiser solo-challenge-multiplayer nice das spiel hat sich auf doch nicht jetzt doch nicht ach du scheiße ohne controller was aber mit drei leuten spielbar scheinbar über tastatur ja ich nehme die feilt hast ich würde sagen wir bauen mal eben ganz kurz hier um und dann geht es auch sofort weiter wo leute wir sind wieder da und der cursor ist irgendwie im weg macht ihr mal bitte weg schiff die du sagst irgendwie ganz wenig in meinen videos ne 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 so also mit ab kannst du join Das ist der untere Dach, ach guck mal, jetzt, äh, Start, wow, that sound, hä, okay, okay, wir dürfen nicht in den Lichtkegel des, äh, anderen, also wir, wir müssen den Back da oben kriegen und dann müssen wir beide weg, ach geil, man darf sich nicht erwischen lassen, hä, du weißt schon, dass wir gegeneinander spielen, ne, ach so, gegeneinander, ich dachte miteinander, ne, wir spielen gegeneinander, ach so, okay, ja gut, das ist doch doof und jetzt müssen wir wieder mit, gehen wir mit Double Agent, genau, so, gehen wir wieder rein und Start, Start kann man hier über Kontrollen, ich hab nicht auf A gedrückt übrigens, okay, also scheinbar nicht, ach doch, doch, bin da, bin da, muss ich dich jetzt, ach so, ich hab jetzt den Koffer, alles klar, du wirst gewasted, digga, hä, wie hast du mich angegriffen, keine Ahnung, ich hab einfach bei dir A gedrückt, oder so, okay, und ich war einfach bei dir dran, Pocketlitter, nächste Map, ich hoffe, man sieht den Cursor im Übrigen nicht, ach scheiße, ich hab, okay, du kannst ja jetzt nach nur drauen, das ist ja kein Ding, ne, geht nicht, Start, ne, geht nicht, ich bin nicht dran, okay, ist ja ein hässiges Level, ja, ich will mal eins auf Hard spielen jetzt, ja, ja, okay, mach mal auf Hard, mach mal auf Hard, boah, wollen wir erst auf Medium, ja, okay, erstmal ein Level Medium, so, Medium, mach mal, warte, warte, Junkyard, Navy Storming, mach mal King of Phil, ich bin drin, ich auch, Start, kann man über Controller dritten, ich hätte jetzt verdammt, ach so, ich finde es schade, dass es irgendwie keine Angriffe gibt, ach so, ja, lol, witzig, witzig, spritzig, hoffentlich stirbst du, ich frage mich, wie das ist, ob man runterspringen kann, ohne zu fliegen, ne, dann verlierst du sofort alles, ach so, ja, aber das geht, Digga, geh weg, geh weg, ja, ja, oh, Glück, ja, wenn man gleich schnell ist, dann kann man nicht, äh, dann kann man eigentlich, ja, das ist ja wie doof, das sei ja nicht irgendwie so ein Dash oder sowas, ja, oder zumindest, dass die Leute, die den Koffer haben, langsam, mal so, mach mal deine Navy Station, die du haben wolltest, so, oha, ja, jetzt geht wieder, genau, wunderbar, komisch, wir haben gerade ein paar Probleme gehabt, witzig, spritzig und haben jetzt mal eine große Map, oder, eine auf hart, tschüss, ach, du hast den scheiß Koffer schon, ja, krass, Digga, Alter, nein, ja, Mist, ja, Digga, ich schaff das, komm schon, oh, und dann dreht der Wichser da um, nice, ey, man denkt sich so, oh, ich, there is nothing, to do, äh, animal, was haben wir gerade, mach mal, Ice Snake, oh, das sieht eklig aus, das sieht eklig aus, das sieht scheißen eklig aus, mhm, das wird witzig, ich hab einmal gewonnen bis jetzt, mach mal, oh, Digga, oh, Gott, hä, ach, okay, man muss den Koffer da abholen, wo der andere ihn verloren hat, hä, und dann drehen die sich nur im Kreis die ganze Zeit, das ist doch mega easy, ja, dann komm doch her, Digga, du rutscht dir einfach auf dem Eis, so, richtig eklig lang, ne, ja, jetzt habe ich schon keine Chance mehr, weißt du nicht, vielleicht ja doch, oh, komm, das ist irgendwie ziemlich langweilig, ne, so insgesamt, dieses, wenn, ja, warte, mach mal, ach mal, das sieht ziemlich voll aus, das Level, ziemlich voll, ja, ach, du heilige, was ist das denn, lol, ja, ich hab's drauf, mega, was ist das denn, ah, guck mal, mit Checkpoints sogar, oh, mega cool, ich muss mich erstmal irgendwie, hä, ja, okay, ich komm grad gar nicht klar irgendwie, ach man, was ist denn das hier, wie die mich nicht sehen, hast du das grad gesehen, krass, yo, ja, guck mal, das ist auch unfair, ne, wie du, wie du mir das Ding gleich einfach weg snacken kannst, oh, was, ich hasse dieses Spiel, es ist so scheiße, ne, das ist mega langweilig, und, wo bist du denn, ja, ich werd erwischt, obwohl der Lichtkegel mich nicht einmal berührt, so, am Arsch, so, wo muss ich denn jetzt lang, ach du scheiße, unten, unten links zum Beispiel ist ein Exit, ach du scheiße, ach man, da kommt man überhaupt gar nicht lang, was ist denn das, alter, ne, ich, ich könnte ragen, boah, Junge, ich hab so Angst, ich hab so Angst, man, so, hier kann ich hoch, alles klar, ich werd da, ich komm gar nicht voran gerade, das Spiel, ich glaub, das liegt dir echt nicht, eine Map noch, das ist richtig, ich will noch eine, lass mal hier, ach schade, zack, ist das eine andere, ne andere als wir eben, ja, das ist jetzt easy, easy Map, ja, wie du mir denn jetzt einfach wegsnackst, am Ende, siehste, ah Junge, was war das denn, ich war nervös, oh, was, oh was, Junge, gib mir auf den Sack, woher kommen die denn her, Och Mann, Danke sehr, Digga, tschüss, ah, Hilfe, du weißt schon, dass ich das Ding hab, ne, ja, und ich weiß auch, dass du nicht dahin, dahin zurück musst, natürlich, du springst einfach vom Exit runter, wie doof, oh stimmt, da war ein Exit, wie doof bist du denn, ja, sorry, Oh Junge, hast du, hast du, wenn der dich jetzt erwischt, du bist so hohl, du bist so hohl, ja, jetzt lass mich doch einfach direkt beleidigend werden, oder was, Junge, ja, ist klar, okay, ein Win musst du ja auch haben, ich glaub das reicht, oder, das Spiel ist irgendwie langweilig, für das, für das, okay, für das bisschen, gell, macht's ein paar Sekunden Spaß, so 100 Sekunden, oder so, danach nicht mehr, und die Musik ist ziemlich, langweilig, irgendwie, welche wolltest du nehmen? äh, geh mal auf hart nochmal, eine mach mal noch zum Abschluss, würd ich sagen, wenn ich schon so gefragt werde, äh, both ways, unten rechts, both ways, both ways, beide Wege, beide Wege, both ways, ja, und, wo bin ich? die sieht hart stressig aus, ey, ich folg dir einfach mal, ja, nice, hat gut funktioniert, wa, warum? weil du doof bist, oh Gott, gleich, wer wird denn hier gleich hart beleidigen? Jo, läuft! was? ah, nein, oh, das hab ich aber eben grad auch gebracht, ja, die Steuerung in der Luft ist einfach so schäbig, du bist schäbig, was machst du denn? ich hab nix gemacht, du bist mir reingefunkt, hä, bin ich gar nicht, ich bin rot, ich bin der Anführer, ja, weißt du was, ich mach jetzt einfach Skill hier, nein, ich war so nah dran, ekelhaft, so nah, fuck, Digi, das wird jetzt so hart stressig, wui, oh, du bist so ein Vogel, ey, wo bin ich denn? du, Junge, warum fällst du runter? weil ich nicht wusste, wie man steuert auf einmal, oh, ja, das Spiel ist scheiße, er dreht sich auf einmal wieder um, wow, zweimal, dann hol das Ding halt her, und ich nimm's dir ab, ja, warum auch immer, wo muss ich denn hin? da hinten rechts ist doch das Exit, du musst an mir vorbeidegen, was? das ist hart eklig, ne, Map aus Rage abgebrochen, die Junge, läuft bei dir, können wir nicht einen anderen Koffer nehmen? nein, warum? arbeiten wir jetzt zusammen? ja, nein, weißt du, was witzig ist, du könntest, wenn es einer schafft, einfach im Exit warten, nein, nein, einfach, sich von einem von den Bullen fassen lassen, weil da kommst du immer schneller wieder ran an das Ding, ah, wow, jetzt hab ich mich verwechselt mit dir gerade, Junge, lass mich das da weg holen, und dann raub mich aus, okay, hast es gut hingekriegt, ja, dann mach du, warte, ich versuch, Teamwork, aber super gemacht, der Bulle ist halt einfach so hart stressig da an der Ecke, so, jetzt bin ich mega cool, jetzt bin ich mega risky, okay, was, und jetzt wieder der ganze, ich bin so ein Arsch, ne, du hast es drauf, oh, geil, was, was, und dann rennt, dann fällt er da runter, weil man da nicht hoch springen kann, aber ich hab'n Trick rausgefunden, fuck, ich hab'n mega Trick, tschüss, ja, als ob, nein, nein, was, was, wieso ist das denn jetzt passiert, ich hing da an der Kante, und bin da runter gefallen, scheiße, also, es gibt nen Trick, wie du hier gut springen kannst, ja, den kenn ich ja schon, wie denn, einfach so, ne, guck mal, ich fall doch gar nicht mehr runter, wartest du jetzt ernsthaft am Ziel, du bist so ein Arsch, ne, ich glaube, ich bleib hier einfach stehen, nein, ja, Sau, ja, Abstauber Sieg, ich kann dir das sagen, ich kann dir das sagen, bei den Federn, du hättest einfach nur die Pfeiltasten nutzen müssen, dann springt er nämlich gerade, okay, dann rutschst du nicht nach oben oder unten, egal, das war's mit diesem Video, abgestaubt, hat Spaß gemacht, scheiß Abstauber, ich habe öfter gewonnen als du, ja und, wie in jedem anderen Spiel auch, dafür waren meine Siege, genussvoll, schlechte Serie, äh Serie, eine schlechte Siegesserie, genussvoll, waren sie gar nicht, genussvoll, das ist einfach geklaut, doch doch, abonniere meinen Kanal, tschüss, tschau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020